Haben Sie extra den Einkauf so fein gemacht? Heidi! Otto, bist das du? Ja, lola, hittie! Oh mein Gott, ich liebe dich! Meine Mädchen dürfen sich endlich wieder als Schauspielerinnen beweisen. Hallo! Ja, mein Kind, was kann ich für Sie tun? Oh Gott, mein Ex-Freund mit seiner neuen gesehen! Und sie ist eine Katastrophe? Ein zu einer, für das der Mischwein! Arschloch! Das kann ich nur unterstützen. Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Donnerstag, 20.15 Uhr. ProSieben. ProSieben.